Alle Stuben hier sind eigentlich im Affenholz ausgekleidet worden. Man sagt sogar, dass es herzschonend ist, dass es sehr guten Schlaf gibt. Es sieht einfach auch schön aus und gibt eine wohlige Atmosphäre. Wir verwenden heute eigentlich fast alles von der Aave. Von den Kernen, die wir ausbrechen und daraus kokant herstellen für die Patisselle. Fisch und Lammfilet räuchern, mit den Avenspälen, mit den Avenslocken, Sachen einbinden. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten, die man heute mit der Aave machen kann. Das ist ein alter Haustall, das in einem Restaurant funktioniert. Die Gäste kommen gerne hierher, weil sie die authentische Küche des Bühnerlandes geniessen, in einem Ambiente, das auch dazu passt und auch die ganze Geschichte erleben. Das ist ein alter Haustall. Das ist ein alter Haustall. Das ist ein alter Haustall.